Ich weiß, das ist der erste Montag seit langer Zeit ohne Destination und auch bei uns ist so ein bisschen Schwermütigkeit und Trauer aufgekommen. Wir vermissen Destination, wir vermissen das Uploading am Montag. Aber bald, bald gibt es ja Destination Schottland. Also je nachdem, wie schnell Thilo fertig werden wird, ich schätze eher so gegen Ende des Jahres als vorher. Warum ich dieses Video mache, ist ganz simpel. Und zwar in Destination Namibia stecken nicht nur vier Wochen Arbeit von vier Menschen, also Marc, Thilo, Thomas und Mia. Es stecken nicht nur sechs Monate Vorbereitung von Marc und Thomas, es stecken auch zwölf Monate Nachbearbeitung von Thomas alleine. Und ganz zu schweigen von den Stunden und den Tagen und den Wochen, die wir einsprechend vor dem Mikrofon verbracht haben, wo wir Skripte nachträglich geschrieben haben oder Bilder bearbeitet haben. Ja, wir machen das nicht, weil wir denken, das bringt nichts, sondern ganz im Gegenteil. Das ist natürlich auch für Kolob und Gerst als Produktion, als Firma eine Visitenkarte. Und ja, das ist auch mitunter ein großer Punkt, neben dem, dass wir einfach verrückt sind und fotografieren lieben und für uns auch eine ganz, ganz, ganz neue Herausforderung entdeckt haben mit diesem Projekt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es noch viele Menschen auf dieser Welt gibt, die davon nichts wissen und das ist eigentlich schade. Jedenfalls von meiner Seite aus würde ich mir wünschen, dass doch der ein oder andere, der vielleicht dann nach Namibia fährt, das anguckt und sieht und sagt, okay, das, was die beiden Trottel da machen, das mache ich viel besser. Was ja auch ein Sinn von Destination Namibia ist oder generell von Destination. Wir wollen ja nicht zeigen, dass wir ach so tolle Könner sind und alles immer klappt, sondern wir wollen zeigen, dass man auf der Reise, auf der Suche nach tollen Fotos auch mal vielleicht abseits des Weges ein tolles Foto findet oder dass man das Geplante vielleicht gar nicht so umsetzen kann oder dass man auch einfach nur etwas vergeigt. Weshalb jetzt also dieses Video? Ich würde einfach mal hier bitten und zwar direkt Face to Monitor, eine tolle Bewertung. Eine tolle Bewertung auf Amazon wäre sinnvoll und auch hilfreich und aktuell, ich glaube jetzt, wo dieses Video gemacht werden, sind gerade 138 Bewertungen. Die erste Folge wurde 40.000 Mal bei YouTube angeguckt, es wurde zigtausend Male mehr bei Amazon angeguckt und nur 138 Menschen finden es so wertvoll, dass sie zwei, drei Minuten ihrer Zeit in Anspruch nehmen und einen Kommentar schreiben, was ich persönlich sehr schade finde. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir haben Monate, Wochen reingesteckt. Ich wahrscheinlich am wenigsten, Thomas, Thilo und Marc, noch sogar mehr als ich. Ich finde, das ist auch so ein bisschen Anerkennung für uns und für das ganze Team, da sich einzuloggen bei Amazon oder auch bei irgendeinem Forum und auch einfach mal den Link reinzuposten. Das wäre meine Bitte an dieser Stelle. Vielleicht einfach, wir wollen da in der Hinsicht gar keine Bezahlung oder irgendwie um Bitten umsonst. Wir wollen am liebsten einfach nur, dass viele Fotografen und Fotografen erreicht werden. Vielleicht auch viele Nicht-Fotografen und Fotografinnen, die in Zukunft irgendwann Fotografie lieben, genauso wie alle, die jetzt hier zugucken. Und deswegen die Bitte, Amazon Prime Video eine Bewertung, eine Sterneverteilung, ob es jetzt zwei, drei, vier oder fünf sind, ist in der Hinsicht egal. Eins darf es auch sein, wenn es ehrlich gemeint ist, wenn es konstruktive Kritik ist oder einfach auch mal einen Link in der Verwandtschaft posten, irgendwem das zeigen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für uns. Also, es kostet zwei, drei Minuten wahrscheinlich, um so einen kleinen Kommentar zu schreiben. Und vielleicht schreibt ihr auch einfach was Persönliches rein, an Thilo, an Thomas, an Marc oder an mich. Wir lesen diese Bewertungen. Wir lesen die wirklich und wir freuen uns. Und ich weiß, es gibt so einige Bewertungen, einige Kommentare. Gestern zum Beispiel hat jemand geschrieben, dass seine Frau das angeguckt hat, weil er es immer auf dem Handy angeguckt hat. Und dann wollte ich sie es mal auf dem großen Fernseher angucken, hat eine Folge gesehen, hat gefragt, warum läuft das nicht im Fernseher? Und das hat uns gefreut. Das hat uns gefreut, wenn jemand, der nichts mit Fotografie zu tun hat, sagt, hey, das müsste doch eigentlich im Fernseher laufen. Also, zwei, drei Minuten, ein ehrlicher Kommentar, eine ehrliche Nachricht an uns und wir lesen es und freuen uns. Und das ist das, was ich glaube, auch jeder, der hier mitgearbeitet hat und mitgewirkt hat, gerne dann hat. Etwas Feedback. Und vielleicht können wir die Ratio von 40.000 angeschauten Leuten zu 138 haben bei Amazon was geschrieben. Vielleicht kann man das so ein bisschen in die Waage bekommen. Tschüss. Ich aus Köln. Ich aus Köln. Ich aus Köln. Untertitelung des ZDF, 2020